ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, wir sind gerade von der Ferien. Ja. Apropos Ferien, ich bin jetzt Herr Maxim Wallis. Das Matterhorn ist einfach der schönste Berg von der Schweiz. Okay. Schön, wenn du das so denkst. Aber wenn wir sagen, sicher zehnmal besser als das Matterhorn. Ich finde ja eure Argumente überhaupt nicht schlecht. Aber habt ihr schon mal Duverspitze gesehen? Die ist am allerbesten. Wie finden wir das jetzt raus? Ich habe eine Idee. Komm, wir basteln ein Korte. Super, das heisst so in 20 Minuten wieder hier? Ja. Tschüss. Tschüss. Also das hier ist der Eiger. Und der ist 3970 Meter hoch. Das ist die Aufwussspitze. Und sie ist 4634 Meter. Das ist das Matterhorn. Und das Matterhorn ist 4478 Meter. Ein Punkt für die Tofusspitze. Die Tofusspitze ist mittelschwer zu besteigen. Pech kann. Der Eiger ist schwer zu besteigen. Das schafft auch das Matterhorn nicht zum Tappen. Das Matterhorn schafft das. Das Matterhorn ist schwierig. Das Matterhorn ist schwierig. Zum Besteigen. Punkt für das Matterhorn. Erste Besteigung. Das Matterhorn ist am 14. Juli 1865 bestiegen worden. Charles Hepson hat 1855 Dofusspitze bestiegen. Somit hat die Tofusspitze wieder einen Punkt. Der Eiger ist erst 1858 von Charles Hepson bestiegen worden. Der zweite Punkt für die Tofusspitze. An der Tofusspitze sind innerhalb von 24 Stunden sechs Menschen angekommen. Seit 1920 sind 600 Menschen am Matterhorn gestorben. 1932 gab es eine grosse Tragödie am Eiger. Dort sind vier Menschen gestorben. Einer schwirriger Meter über den Hälften erfroren. Ich würde sagen, der Punkt gehört dem Eiger. Fehl ich auch. Das heisst, der erste Punkt für den Eiger. Für den Eiger gibt es 14 Routen. Das kann keiner toppen. Ich bin mir nicht so sicher. An der Tofusspitze gibt es 56 Routen. Und auf das Matterhorn gibt es 60 Routen. Also der zweite Punkt für das Matterhorn. Der jüngste Besteiger war 8 Jahre alt und der älteste 89. Der jüngste Bergbesteiger von der Tofusspitze war 16 und der älteste 76. Das kann ich auch nicht toppen. Der jüngste auf dem Eiger war 18 und der älteste 74. Der Punkt gehört im Matterhorn der dritte. Das hier ist der Eiger und dieser Schritt. Tofusspitze 2. Matterhorn 1. Ich finde euch in Bergen auch sehr toll. Danke. 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 Danke.